Wir kommen zum letzten Teil der Bayerischen Hellseher. Ja, Alois Irlmeier, der Brunnenmacher von Freilassing. Damit geht's in den letzten Teil. Mit Ehrfurcht schreibt Norbert Backmund von einem Bayerischen Hellseher, den die meisten von uns noch erlebt, manche sogar gekannt haben, dem 1959 gestorbenen Alois Irlmeier. Seine Freunde meinten, er sei so unbegabt gewesen, dass er seine Geschichte nie hätte erfinden können. Seine Fantasie war recht begrenzt. Er war alles andere als schlau und gerissen. Aber eine große Gabe hatte er mitbekommen. Er war ein spürsicherer Wünschelroutengänger, der jede Wasserader fand. Schon in seiner Jugendzeit, als Bauernbub vom Scharam bei Maria Eck, machte er die Erfahrung, dass er das Wasser spürte. Wenn er über eine Wasserader ging, hatte er ein Gefühl in den Fingern, das er als Wurlert bezeichnet. Die Adern der Hand traten dick hervor. Heinz Waldchen, örtlicher Heimatpfleger von Rabenstein, hatte mehrere Begegnungen mit Irlmeier. Er erinnerte sich daran in einem Gespräch mit dem Verfasser am 24. Juli 1975. Das wird so gegen 1933 gewesen sein. Da habe ich einen Pachthof gehabt in Arlaching am Chiemsee bei Siebruck. Und da war eine Wiese, eine hängige Wiese gegen die Höhe hin. Ich erhoffte mir, dass Wasseradern drin sind, um das Hofwasser, das mir in den heißen Sommern immer zu wenig geworden war, zu vermehren. Und da habe ich rumgefragt, habt ihr irgendeinen Wassersucher in der Gegend? Naja, da gehst du zum Irlmeier nach Freilassing, der kann das.